Neugier. Eine belebte Lagerhause scheint eine wohlhabendere Kundschaft anzulocken. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Summe 90% aller Beute. Edelmetalle 18.000. Game time, baby! Let's go! Was war das bitte für Mist? Er hat sich mit der Polizei angelegt, statt zu entkommen. Dann ist er einfach selbst schuldig. Hey, down! Gut, dann hätten wir schon mal. Ich kann hier meine Waffen wieder wegstecken. Was ist der Weapon? H. Du kannst zu uns gerne mitkommen. Ich bring dich mal irgendwie nach hier hinten. Komm! Und ich vielleicht nicht jeder sieht. Hier so. On the floor! Now! Das hier ist die Lagerhalle. Schə sempre jeden Tag. Schüri ی? Schüripräbercäne Kamera. Schüripräbercäberkamber! Und hier let's kommen jetzt! Schüripräbercäbhilfe грacht! Hallo. Schön dort bleiben, leise sein. Es könnte sein, dass die Security hier nach hinten läuft, oder jemand aus der Tür kommt, das ist doch. Geh, neh, 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 neh. Geh, neh, neh, neh. Hey, back on the fuckin' ground. Dann bleib halt dort Die sind so nutzlos Leute Die Boxen, du musst sie suchen Die Kameraden sind weg Die Kam Die Kam ist tot Die Kameraden sind unnoticed Geht die F*** down Don't move Hey doch move bitte Get down Get down Get on the ground Hm? Hey no movement Die Kameraden sind weg Die Kameraden sind weg Die Kameraden sind weg Get down Hey don't jerk around Komm mit Und Alle bitte schön hier rein Komm Komm Auf dem Boden Jetzt Die Kameraden sind weg Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Not The Tuck Wind Komm her Get the bags in Schau! got one got one yes sorry dass ich gerade so ruhig bin aber es läuft halt ziemlich gut ich möcht es umgehend verkacken never mind yo down better to be sure grabbed it Hey, back on the fucking ground! We've got half the loot! In, let's move! Looking good, amigos! Ja, sieht gut aus. Ich lasse einfach die K.I., die Bolze wegtragen. Call. Es todo! Da unten gibt's noch die Box. Wahrscheinlich war das alles. Oder? Sieht um nicht ziemlich so aus. Ach, nee, da. Let's get it, let's get it. One here! Ich glaube das war's. Wenn's das war, dann haben wir ziemlich, äh... Gut. Die Beute gemacht. Hat noch jemand ne Tasche? Äh, shucks. Egal. Der kommt schon mit. Den Raub gemacht, ohne den Raub zu starten. Neugier Erfolg. Das lief ziemlich smooth. Sehr nice. So sollte's immer gehen. That was fucking beautiful. Oh, yes. You say it, Travis. Perfekt. Das lief wirklich mega gut. So, nicht anders aus gehen. Das sind alles... ...sachen, die wir nicht machen können, da wie zu wenig... ...äh, jetzt eine zu kleine Armee haben. ...kriegst du... ...lachst du... ...lachst du... ...lachst du... ...lachst du... ...jupiter. Okay. Sie riecht das Steroidsracket. Right? Eine Frau von großem Größe und Streich. Wow. Und aptly genannt. Okay. Die Katzen sind manchmal echt irgendwie unnötig. Okay, Jupiter haben wir jetzt als neues Teammitglied. Jupiter trägt den Namen eines Gottes unter Göttern und hat den passenden Körperbau. Sie verdankt ihre unglaubliche Größe Steroiden, aber das ist nicht alles. Was sie hinzugewonnen hat, durch ihre Einstellung, die ein Maultier vernünftig erscheinen lässt und ein Mundmerk, das einen Seemann erröten lassen würde, hat sie sich den Ruf eines Ungeheurswohl verdient. ...eines Ungeheurswohl verdient, aber nur wenige können es bei der Arbeit mit ihr Kraft und Hartnäckigkeit aufnehmen. Mächtig, stark erhöhter Nahkampfschaden, kann drei Taschen tragen. Okay, das ist gut zu wissen. Eine Wiederbeläubigung weniger. Ungeübter Umgang mit Waffen, deutlich erhöhte Gesundheit. Ja, 252. Okay, nice. Es nervt mich immer noch so mit diesem Dealer, der nicht auf uns hören wollte. Der... So doof. Hat sich einfach mit der Polizei angelegt, statt mitzukommen. Und wir verdienen Gebiet um Gebiet. Das kann's doch nicht sein. Und alle sind weg. Das heißt dann wohl... Und schon wieder. Feierabend. I don't cross my tears I don't dot my eyes I won't say pretty please I speak in little white lies Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020